Die folgende Schlacht sollte eine der blutigsten in der Geschichte werden. Wie es aussieht, sind es acht Legionen. 85.000 Männer. Wünschst du lieber Fabius zurück, Gisco? 85.000. Die größte Armee, die Rom je aufgeboten hat. Sie marschiert wie ein Mann und wir töten sie wie ein Mann. Sie ist bestens gerüstet, schwer zu besiegen. Disziplin kann ein Fluch sein, genauso wie eine Tugend. Die Römer haben eine feste Schlachtordnung, das macht sie berechenbar. Wir begegnen ihnen mit dem Unerwarteten und werden sie zersplittern. Gisco? Du hast Angst. Natürlich nicht. Brauchst du nicht. Es sind 80.000 Römer da draußen. Aber keiner von ihnen heißt Gisco. Ideales Gelände für eine Schlacht. Wir stellen unsere Truppen da drüben auf, am Ufer. Der Fluss wird unsere rechte Flanke schützen und die Hügel die linke. Ein Überraschungsangriff ist dadurch ausgeschlossen. Er kann uns nicht in den Rücken fallen mit seiner Reiterei. Da wäre ich mir nicht so sicher. Paulus, wir sind an Zahl doppelt so viel. Wir rücken unsere Truppen eng zusammen und brechen durch die Mitte seiner Front. Dann soll dieser Barbar mal zeigen, was in ihm steckt. Ich fürchte nur, er wird nicht kämpfen wollen. Oh doch, er wird. Wir sind an Zahl unterlegen. Das Gelände, das die Römer gewählt haben, wird ihnen zugutekommen. Eine kluge Wahl. Aber nicht so klug, wie sie denken. Wir werden unsere Streitkräfte so aufstellen. Im Halbrund. Wie ein Bogen. Stark. Und doch flexibel. Margot, du wirst diese Linie befehligen. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig das für diese Schlacht ist. Die Römer werden unsere Schlachtformation sehen, doch sie werden uns nicht fürchten. Sie werden sich uns überlegen fühlen, weil sie in der Überzeit sind, sondern sie sich ruhig in Sicherheit wehen. Denkt daran, ihre größte Stärke kann sich als ihre größte Schwäche erwachsen. Kurz bevor wir sie angreifen, wirst du, Mahabal, ihre Reiter attackieren. Attacke! Wenn sie sehen, dass unsere Reiter sie angreifen, werden sie reagieren. Was für Verluste ja auch allein. Ihr müsst sie zurückschlagen und völlige Verwirrung stiften. Durchbrecht ihre Linie! Wir werden schwere Verluste erleiden bei dieser Attacke, aber wir müssen sie zurückschlagen. Die Römer werden immer neue Wellen von Fußsoldaten nachschicken. Sie werden ihre zahlenmäßige Überlegenheit nutzen. Legionen Roms, für Ehre und Ruhm! WDR 2. WDR 3. 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 WDR 4. WDR 3. WDR 3. WDR 4. WDR 3. WDR 3. WDR 4. WDR 4. WDR 4. Geduld, Bruder, und weiche nur langsam zurück. Wenn deine Linie bricht, was sie muss, werden die Römer nachstoßen. Mit immer mehr und mehr Truppen. Vorwärts, die Reserven! Von dem Moment werden sie glauben, sie hätten gewonnen. Halibay! 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 Lasst sie ihn schmecken, ihren Sieg. Bis unsere Reserven aus ihrem Versteck kommen und die Römer an ihren Flanken in die Zange nehmen. Sie werden von drei Seiten umzingelt sein. So können sie nirgends hin, nur noch zurück. Sie werden von den Römer auf tops Du kommst und versperrst ihn mit deinen Reitern den Rückweg Dann sind sie völlig eingekesselt Wir werden keine Gnade kennen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020